Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du Scheibenwischwasser mit einfachen Hausmitteln oder auch mit Profireiniger selber richtig herstellen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zu Beginn noch kurzer Hinweis. Im Winter benötigst du auf jeden Fall ein anderes Scheibenwischwasser als im Sommer. Denn im Winter kann es daraus natürlich unter 0 Grad werden. Normales Wasser würde eingefrieren und wenn du kein spezielles Frostschutzmittel bei dir in der Scheibenwischanlage hast, kann es sein, dass die Schläuche bzw. Düsen einfrieren und dann funktioniert natürlich überhaupt nichts mehr. Für den Sommer benötigen wir jetzt einfach einmal eine leere Plastikflasche, diese zuvor schön mit Wasser ausspülen und dann machen wir diese einmal ungefähr drei Viertel mit destilliertem Wasser voll. Normales Leitungswasser wäre übrigens auch möglich, doch je nach Region kann es danach sein, dass in der Scheibenwischanlage starke Kalkablagerungen entstehen und das wäre natürlich nicht so toll. Den Rest hier drin füllen wir jetzt noch mit normalen Glasreiniger auf. Anschließend noch gut durchschütteln und schon haben wir super Wischwasser für den Sommer hergestellt. Spülmittel zum Mischen würde ich auf jeden Fall vermeiden, denn dadurch können unschöne Streifen entstehen. Und was noch schlimmer wäre, wenn wir das Ganze mit Spiritus mischen würden, denn Spiritus kann sogar die Gummidichtungen von der Scheibenwischanlage und die Scheibenwischer selber angreifen, was wir auf gar keinen Fall haben möchten. Das Profimittel für den Sommer wäre übrigens hier so ein Reinigungskonzentrat zum Beispiel. Dieses kleine Teil hier würde jetzt für 25 Liter Scheibenwischwasser reichen, da es im Mischungsverhältnis 1 zu 100 gemischt wird. Am besten also einmal solche Behälter mit 5 Liter destilliertem Wasser kaufen, denn dann kann ich im Mischungsverhältnis 1 zu 100 genau 50 Milliliter von diesem Scheibenwischkonzentrat hier hineingeben. Hier oben haben wir unsere Markierungen. Ich kann maximal 25 Milliliter hier hineingeben. Deswegen ich es auch zweimal machen muss. Dafür einfach mal hier oben die Verschraubung, eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn öffnen, dann so lange drücken, bis das Konzentrat wirklich bei 25 Milliliter genau ist. Bei mir ist es jetzt etwas schwer zu sehen, wegen der Kamera auch. Das sollte ungefähr reichen. Wieder locker lassen und dann kann ich diese Zufuhr einmal zweimal in mein destilliertes Wasser hineingeben, um 50 Milliliter Konzentrat verwendet zu haben. Und noch ein zweites Mal wieder 25 Milliliter genau. Deckel wieder gut verschließen, wieder schön durchmischen und schon habe ich mein Profi-Scheibenwischwasser für den Sommer fertig gemacht, was sehr angenehm riecht und von diesem Kanister her werde ich mir jetzt einige einmal machen. Für den Winter benötigen wir jetzt ein spezielles Konzentrat zu mischen. Mit einem Hausmittel ist es meines Wissens nach nicht möglich und das Risiko wäre es mir auch auf gar keinen Fall wert. Nicht, dass meine Scheibenwischanlage doch einmal irgendwann einführt und etwas sogar eventuell kaputt geht. Auf der Rückseite von meinem Antifrostkonzentrat habe ich jetzt hier so eine Mischtabelle und da kann ich einmal ablesen, wie ich das Ganze mit Wasser mischen muss, wenn ich zum Beispiel einen Frostschutz bis minus 30, bis minus 20 oder auch noch bis minus 10 Grad haben möchte. Ich wohne in Bayern nahe von Regensburg und dort werden Heizungsanlagen bis minus 16 Grad ausgelegt, weswegen ich mich jetzt hierfür bis minus 20 Grad vom Frostschutz her entscheide. Und wenn ich einmal hier in der Tabelle nachschaue, minus 20 Grad muss ich Anteil Antifrost 1 nehmen und Anteil Wasser 1, also zum Beispiel 5 Liter, das wäre dieser ganze Kanister hier, Antifrost und 5 Liter Wasser dazu mischen. Damit ich jetzt wieder auf Vorrat in meinen 5 Liter Kanister hier hinein bekomme, habe ich hier einmal die Hälfte destilliertes Wasser weg, also hier befinden sich noch 2,5 Liter destilliertes Wasser drin und dazu werde ich jetzt einmal 2,5 Liter von diesem Antifrost hinzugeben. Also Anteil Wasser 1, Anteil Antifrost 1. Hierfür habe ich jetzt noch diesen speziellen Aufsatz mit drauf getan, der wo bei diesem Antifrost mit dabei war und schon geht es los. Anschließend den Deckel oben wieder schön festdrehen, den Behälter ordentlich durchschütteln und schon haben wir unser Scheibenwischwasser für den Winter selber gemischt, was bei mir jetzt bis minus 20 Grad frostfrei bleibt. Ein hochwertiges Scheibenwischwasser ist für zu Hause sehr wichtig, um einfach Spaß und vor allem auch Sicherheit beim Fahren zu haben. Und ich mische mir so ein Scheibenwischwasser jetzt zum Beispiel immer auf Vorrat, dass ich einfach immer etwas zu Hause habe, wenn ich es benötige. Wenn du dir jetzt ein Scheibenreinigerkonzentrat für den Sommer und auch für den Winter zulegen möchtest oder vielleicht auch noch destilliertes Wasser für zu Hause benötigst, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.